CDU plant Erhöhung des Renteneintrittsalters. Was bedeutet das für Sie? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Sie haben es ja wahrscheinlich mitbekommen, die CDU unter Federführung des Generalsekretärs Linnemann hat ein neues Grundsatzprogramm oder einen Entwurf eines Grundsatzprogramms veröffentlicht, unter anderem auch zum Thema der gesetzlichen Rente. Und die CDU plant unter anderem die Erhöhung des Renteneintrittsalters nach dem Jahr 2031. Wir wissen ja, dass mit dem Geburtsjahrgang 1964 das Renteneintrittsalter oder wie wir es auch kennen die Regelaltersgrenze auf das 67. Lebensjahr festgeschrieben ist. Das heißt also, alle die Menschen, die ab 1964 geboren wurden, können dann in die reguläre Altersrente, Regelaltersrente genannt, erst frühestens mit Vollendung des 67. Lebensjahres in Rente gehen. Und das will Linnemann und die CDU nochmal erhöhen. Und zwar will die CDU das Renteneintrittsalter dann an die Lebenserwartung koppeln. Ja, was bedeutet das jetzt für uns alle? Das bedeutet letzten Endes, dass wir, wenn die Lebenserwartung in Deutschland statistisch steigt, dass wir dann länger arbeiten müssen, um eine Regelaltersrente zu bekommen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wer das aber nicht will, wer zum Beispiel wie aktuell, nach aktueller Rechtslage mit 63 Jahren in Rente gehen will, der kassiert dann eben einen deutlich höheren Abschlag. Die Höchststrafe in Abschlag, die wir ja jetzt schon haben, sind maximal 14,4 Prozent für die Geburtsjahrgänge ab 1964. Das heißt also, wer mit 63 in Rente gehen will, würde dann 14,4 Prozent Abschlag erhalten, bezogen auf eine Regelaltersrente. Und das ist schon richtig viel, was da von der Rente weggeht. Und deswegen befürchten auch Sozialverbände und auch Sozialökonomen, die sich ein bisschen damit auskennt, aber auch Leute so wie ich, die jeden Tag in der Praxis arbeiten und die wissen und sehen, was die Menschen für Renten bekommen, dass wir hier in eine Art Altersarmut reinrennen. Wer denn wahrscheinlich? So wird es aus meiner Sicht auf jeden Fall kommen, denn viele Menschen können ja ihren möglicherweise sehr, sehr harten, körperlich harten Beruf bis 67 plus X gar nicht mehr ausüben. Worauf beruft sich Linnemann? Ganz einfach, der sagt ganz einfach, Leute, was regt ihr euch eigentlich auf? In anderen Ländern Europas ist das Renteneintrittsalter auch an die Lebenserwartung geknüpft. Aber, meine Damen und Herren, Herr Linnemann verschweigt uns da wieder ein ganz kleines, aber wesentliches Detail. Diese Länder, wo das auch an die Lebenserwartung geknüpft ist, wie zum Beispiel Schweden, Norwegen und andere Länder, haben ein einheitliches gesetzliches Rentenversicherungssystem. Dort zahlen alle Leute ein und die haben auch deutlich höhere Renten. Das heißt also, wenn wir hier keine erwerbstätigen Versicherungen als flankierend mit einführen, ist das sozusagen nichts anderes als vorprogrammierte Altersarmut, die die CDU hier mit uns, mit Ihnen organisieren will. Ich sage, das sind alles konservative Kochrezepte für unsere gesetzliche Rente aus dem 14. Jahrhundert. Deshalb lehne ich diese grundsätzlich ab. Wir müssen schlicht und ergreifend als allererstes eine erwerbstätige Versicherung in der gesetzlichen Rente einführen. Näheres zum Thema Renteneintrittsalter finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.